So, soll ich mit der Werbung anfangen? Das wäre eine ganz gute Idee, mit der Werbung ausnahmsweise anzufangen. Lass mal alles anders machen als sonst. Fang einfach mal mit der Werbung an, Johannes. 5.4.de ist super. Und deshalb präsentiert 5.4.de diese Podcast-Folge. Genauso wie skillcontrol.de, die sind auch ganz okay. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. So sieht's aus. Viel Spaß. Ihr lieben Disco-Foxianerinnen und Disco-Foxianer da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblings-Podcasts, denn es ist wieder Disco-Fox-Time und wir haben heute gleich mehrere tolle Nachrichten, denn es ist wieder einmal Freitag und ihr sitzt wahrscheinlich gerade am Bahnhof, denn es fährt einfach vermaledeit keine Bahn. Ihr sitzt am Flughafen und hört Binge-Listening-mäßig alle unsere alten Folgen und natürlich auch die brandaktuelle durch, denn es fliegt auch kein Flugzeug. Es ist wieder ein großer Generalstreik in Deutschland und mit dieser besonders guten Laune wollen wir euch einladen und in unsere Disco-Fox-Podcast-Folge haltet euch fest 69. Und bevor ich gleich mein Gegenüber begrüße, möchte ich euch sehr, sehr gerne natürlich erst mal gebührend in die Folge 69 einführen mit einem kurzen Zitat. Du hast einführen gesagt. Habe ich jetzt dein Zitat versaut, ne? Die junge Frau hat einen neuen Lover und schleppt ihn zum ersten Mal mit in ihre Bude. Ohne Umschweife schlägt sie ihm vor, 69 zu machen. Was zum Teufel ist das denn? fragt er. Da wird ihr klar, dass der Typ wohl nicht der erfahrenste ist und sie ihn behutsam in die Liebeskunst einführen muss. Wer kommt davon, wenn man im Kindergarten fischt? Du legst deinen Kopf zwischen meine Beine und ich meinen zwischen deine Beine. Das versteht der Typ ohne Probleme, auch wenn er keinen blassen Schimmer davon hat, was das Ganze eigentlich soll. Als sie nun gerade in Position liegen, unterläuft der Lady ein grässliches Missgeschick. Ihrem Darm entweicht ein übel riechender Wind. Der Kerl fängt an zu husten und schmeißt sich röchelnd auf die andere Seite des Bettes. Sie bittet um Entschuldigung und schlägt vor, es noch einmal zu versuchen. Nur, wie das Unglück es so will, wiederholt sich die Katastrophe. Der Typ läuft grün an, ihm wird schlecht mit. Letzter Kraft richtet er sich auf und beginnt sich anzuziehen. Sie fragt, was ist denn los? Willst du schon gehen? Darauf er, wenn du meinst, dass ich mir das auch noch die restlichen 67 Mal reinziehe, hast du dich aber schwer geschnitten. Herzlich willkommen zu unserer 69. Folge der Freizeit-Revue-Podcast mit Philipp Godard, der heute seine Lieblings-Rätselhefte aus dem Schrank geholt hat und die Witze-Seite vom Rätsel-Zirkel oder wie auch immer die Dinger heißen, heute mal geschlossen vorliest. Heute wird's cringe. Die Zahl 69 verleitet uns zum Mit-50er-Jahre-Humor. Wir lassen uns quasi Schnurrbärte und Mini-Please wachsen und schauen mal, was uns so alles zu dem Thema einfällt und wie schlecht die Witze noch werden. Bisher hat Philipp schon mal gut vorgelegt, aber ich sehe, du hast, wo das herkommt, gibt's noch mehr. Ja, auf jeden Fall. Ich mach einfach mal hier einen. Das ist genau, das ist genau die Ansage, die Mike Krüger vor einem Song macht. Das stimmt leider. In den 80er-Jahren. Ey, ich mach einfach mal einen. Ich mach mal noch einen. Ist mir egal, was ihr gerade macht. Oder Christian Ulmen als der komische Liedermacher bei Ulmen TV, der in der einen Folge in die komplett ausgepackte 500-Gramm-Fleischwurst so reinbeißt. Pass auf. Überschrift 69. Als ich meiner chinesischen Freundin sagte, ich hätte Lust auf 69, kochte sie mir Reis mit Huhn. Süß-sauer. Der ist ja auch noch rassistisch. Geil, oder? Dazu kann ich aber, wo wir gerade bei der neuen asiatischen Freundin sind, kann ich vielleicht auch noch einer erzählen. Meine neue thailändische Freundin hat gemeint, es sei überhaupt nicht schlimm, einen kleinen Penis zu haben. Dennoch würde ich mir wünschen, sie hätte keinen. Aber der ist bestimmt auch schon in einer der ersten Folgen Disco-Volks noch modern gewesen. Throwback Tuesday. Heute ist Dienstag, der 18. April. Wenn ihr das Ganze hört, ist Freitag, der 21. April. Ihr seid noch völlig verkatert, weil ihr gestern natürlich Führergeburtstag gefeiert habt. Philipp verschluckt sich gerade am Kaffee. Nein. Geil. Habe ich ja ganz vergessen. Ja stimmt, heute auf den Tag ist Jubiläum, Jubiläum ist auch geil gesagt, Gedenktag für Buchenhain und Auschwitz. Da ist heute großer Feiertag in Polen und auch in Israel. Ja, so nah liegen die Ereignisse beieinander. Donnerstag ist dann Führergeburtstag. Für die andere Seite des Extrems, für die Menschen, die sich dafür begeistern wollen, immer noch. Naja gut, Moment, stopp, stopp, stopp. Da müssen wir jetzt mal bei aller Witzigkeit, muss ich jetzt aber ein bisschen Vogue-Ness. Also ich muss auch ein bisschen in der Vogue-Schüssel fühlen. Vogue? Ja, ich bin heute ein bisschen Vogue, aber ich finde nicht, dass wenn man den Opfern von Auschwitz und Buchenhain gedenkt, dass man dann auf einer Seite des Extrems ist. Auf keinen Fall. Gut. Das war ja auch nur der dumme Scherz. Ich habe halt keinen Bock, dass die ganzen Nazis aufhören uns zu hören. Das macht für sich so viel Arbeit. Gut, dass du das nochmal gerettet hast. Und das würde man ja wohl nochmal sagen dürfen. Ja genau, würde man nochmal sagen dürfen. Und jetzt, ja, jetzt weiß ich ehrlich gesagt schon gar nicht, also wir haben ja heute beide festgestellt, dass wir nichts vorbereitet haben. Ja, das stimmt nicht so ganz. Also wir haben ja auf jeden Fall schon mal Einstieg gehalten, definitiv mit dem großen Streik heute. Eben habe ich das über Deutschlandfunk noch reinbekommen, als Tickermeldung, dass angekündigt wurde von zwei großen Streikgruppen, das am Freitag wieder, also am Tag unseres Erscheinens, unseres Podcasts heute, am 21. April, sehr, sehr wahrscheinlich wieder gestreikt wird, komplett Bahn deutschlandweit und so. Das ist natürlich total ätzend. Wir wollen euch aber trotzdem natürlich eine wunderbare Folge und diesmal auch schon früh erinnernd. Wir senden ja jetzt wöchentlich, denn Freitag ist zum Glück nicht wöchentlicher Streiktag, aber mittlerweile wöchentlicher Disco-Föchstag. Und deswegen wollen wir euch natürlich entführen in eine unterhaltsame und natürlich, zumindest meinerseits, bestens vorbereitete Folge. Und um das nochmal unter Beweis zu bestellen, habe ich hier schon mein kleines Thema vorbereitet. Warum können Nutten nicht bis 70 zählen? Weil sie bei 69 schon den Mund voll haben. Oh, bitte. Weißt du, ich bin gerade parallel am, ich bin gerade parallel am Googlen und ich kann, ich muss jetzt mal kurz hier den Link droppen. Du bist auf schlechteWitze.com, gell? Nee, nee, warte, warte, warte. Moment, dann bist du bei, dann bist du bei... Doch, schlechteWitze.com slash 69. Genau. Um Gottes Willen. Die sind doch wohl super. Moment, 69, Witz des Tages, 10.000 lustige Witze. Ein Bauer vom Land und ich lese jetzt vor, ohne den vorher gelesen zu haben. Also ich sprunge ins kalte Wasser. Vielleicht muss ich dann ein bisschen korrigierend in der Wortwahl sein. Ein Bauer vom Land geht in die Stadt, in den Puff. Erster Satz, Punkt. Bist du schon durch, ne? Dort will er mal was ganz Besonderes, Neues ausprobieren für 500 Mark. Alles klar. Bietet ihm eine der Sexarbeiterin die 69 an. Er kann sich zwar nix drunter vorstellen, drunter. Denkt aber, wenn das so teuer ist, dann muss es ja was Tolles sein. Er zieht sich aus und legt sich auf den Rücken. Die Sexarbeiterin verkehrt rum auf ihn. Leider hat sie am Abend zuvor Boden gegessen. Moment, ist ja der gleiche Witz? Ja. 67 weitere? Ne, danke. Es gibt gar nicht so viel Witz über die 69. Ne, gibt's noch nicht. Wir haben eine kurze Folge heute. Ich seh jetzt schon kommen. Moment. Ja, es gibt auf jeden Fall nicht so viele. Das ist leider richtig. Ich hab noch einen ganz witzigen. Der hat aber nur bedingt mit der Folge 69 oder mit der Zahl 69 zu tun. Der Witz geht folgendermaßen. Drei Euro Eintritt pro Nase. Cool. Freier Eintritt. Voldemort 69 Schnäppchenjäger. Auch nicht schlecht. Da kann man mal machen. Jetzt war Spaß beiseite. Also Streik ist heute. Wir wollen euch natürlich so ein bisschen die Zeit zwischendurch versüßen. Und ich hab... Ich muss aber da kurz rein, weil... Ja. Also, ähm... Wie erklär ich dir jetzt am einfachsten? Oder anders gesagt. Auf einer Skala von 1... Ja. Bis... Also wenig bis 10 viel. Was glaubst du, wie stark mich hier auf dem Land der Streik bei öffentlichen Verkehrs Verkehrsmitteln so tangiert? Naja. Wahrscheinlich auf jeden Fall weniger als hier im Ballungszentrum, weil da doch sehr viele Leute Bahn fahren. Wobei, wir hatten ja erst vor kurzem Bahnstreik. Und das war angekündigt auch wieder, genau wie der jetzt wieder angekündigt ist. Und das Phänomen war, das war ein Montag letztes Mal, dass das komplette Verkehrschaos, das auf den Straßen dann vermutet wurde, weil das wird dann ja alles zum Nadelöhr, wenn jeder, der sonst pendelt mit der Bahn, dann auf einmal aufs Auto umsteigt. Ist das ja eigentlich immer so der Horror für die Berufspendler, dass die halt dann sagen, boah, jetzt ist morgen irgendwie, oder jetzt für diese Woche gesprochen, also heute jeder irgendwie im Auto unterwegs und versucht, das zu umgehen. Und das ist eine absolute Katastrophe. Und das ist ja auch immer das Hauptargument von Streikgegnern, dass das eben ein Riesenscheiße war, der Witz war. Dadurch, dass so viele Unternehmen hier bei uns auf Homeoffice-Möglichkeiten umgestellt haben, ist original jeder einfach wegen der Ansage zu Hause geblieben, sodass der Oberwitz an der Sache ja war, dass der Streik auch eigentlich nichts bringt, weil alle so gedacht haben, ja, dann fahr ich halt nicht rein, dann bleib ich halt zu Hause, mach ich irgendwie, oder arbeite schon mal was vor oder nehme mir ein bisschen Arbeit mit nach Hause. Viele Berufspendler saßen im Auto und haben bei Radiosendern angerufen und gesagt, ey, mega geil, so entspannt und so kurz bin ich noch nie zur Arbeit gekommen. Es ist definitiv noch weniger los als an einem normalen Montag, selbst wenn die Bahn fährt. Einige haben sogar polemischerweise gesagt, ey, bitte kann die Bahn immer streiken, ist total super. Naja, hier im Grenzverkehr sind ja zwei unterschiedliche Gesellschaften. Du hast Verkehr gesagt. Hier im Grenzgebiet sind ja zwei unterschiedliche Bahngesellschaften, nämlich die Deutsche Bahn und die Luxemburger CFL. Und soweit ich weiß, wird diese Grenzstrecke bis fast Koblenz von der CFL betreut. Aber wenn die über die Grenze fahren, dann kriegen die immer einen anderen Schaften halt. Kann jetzt natürlich sein, also ich habe schon wahrgenommen, dass es Staus an der Grenze gab. Die gibt es aber meistens. Und was für mich sehr, also es ist jetzt sehr aus dem Nähkästchen geplaudert, aber für mich sehr positiv war, ich habe endlich mein Motorrad fertig gekriegt, sodass ich genau zum Bahnstreik halt auch an den Staus vorbeifahren konnte. Und alle, die deswegen hupen, fickt euch. Findest du nicht auch, dass das Wort Schaffner ein absolut falsch gesetzter Begriff ist? Motzner. Motzner oder Chilmer oder keine Ahnung, wie man den nennen soll. Weil also mittlerweile auch gar nicht mehr so anwesend. Zugoberzugwart. Ich finde das Wort Zugbegleiter gut, weil das ist ein passives Wort. Ja, Zugbegleiter, einen Zugbegleiter, den würde ich mir wünschen, von dem würde ich mir auch einen Kaffee bringen lassen. Ja, so wie ein Flieger. Tomatensaft. Genau, bitte bringen Sie mal was zu trinken und vor allem auch so unaufgefordert, so jemand, der das Ganze nur begleitet, weißt du, so wie so ein Air Marshal, dessen Job ja auch zu 99% der Zeit daraus besteht, eigentlich nichts zu tun, sondern einfach nur unsichtbar zu sein. Hast du tatsächlich in den Luxemburger Zügen immer drin? Air Marshalts. Auf dem Weg zum Luxemburger Flughafen wahrscheinlich. Air, Air, Bahn Sheriff. Nee, aber du hast tatsächlich immer Sicherheitspersonal dabei. Aber wie heißen die denn? Komm, wir haben ein bisschen Begriff dafür. Ein Bahn Sheriff finde ich schon ziemlich gut. Nein, nein. Pass auf. Moment. Ihr werdet mit Obersturmbahnführer. Nein. Gott, heute sind wir aber auch, heute sind wir richtig Arschloch-mäßig, ne? Ja, keine Vögelstunde. Wir haben irgendwie nur, 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 nur rechte Scheiße und Sexismus aus den 75ern am Start. Obwohl, das denke ich mir auch mal, hier in Köln gibt es in der, hier ist ja ein bisschen komplexer noch, weil wir haben ja noch diese Stadtbahn. Ich weiß, wie die heißen. Manfred. Die sollten einfach alle Manfred heißen. Wahrscheinlich heißen die auch alle Manfred. Das ist Bedingung, wenn die eingestellt werden. Wir haben hier von der, von den Kölner Verkehrsbetrieben, der KVB, die ja für den Verkehr innerhalb der Stadt zuständig sind, also die, die überirdischen Bahnen. Dann haben wir ja ein paar U-Bahnen, natürlich nicht so viel wie München oder Berlin. Hier ist ja das meiste durch die Römer nicht untertunnelbar. Früher sind die überirdisch durch euer Stadtarchiv gefahren. Das stimmt nicht ganz. Also da muss ich mal kurz einhaken und sagen, nee, die sind schon unterirdisch gefahren, aber leider so nah an dem Stadtarchiv Fundament vorbei, dass es kurz gerüttelt hat. Und wir haben auch eine wunderschöne Bahnlinie, die immer noch nur 20 fahren darf, weil man erst nach Fertigstellung der Verbindung festgestellt hat, dass die leider auch so nah am Kölner Dom vorbeifährt, dass wenn die mehr als 20 kmh fährt unter der Erde, wackelt der Dom an seiner Spitze so, dass sich schon mehrere Steine gelöst haben. Oh, stopp, stopp. Die Story, das ist eigentlich der erste, das wäre doch die Story für die erste Single von Mili Vanilovic. Die U-Bahn am Stadtarchiv oder da wackelt der Dom. Ja, da wackelt der Dom, da kannst du aber ein Gift drauf nehmen. Das ist aber so, also es ist definitiv passiert. Das ist eigentlich so ein bisschen wie die Elbphilharmonie, so ein typischer Fail. Das Stadtarchiv ist ja schon vor bestimmt 15 Jahren eingestürzt. Also da bin ich, glaube ich, gerade nach Köln gekommen. Da ist das Ding zusammengeklappt. Also ich bin mir sogar relativ, nee, ich bin mir sicher. Also Koffer zu fest abgestellt. Ich habe das Stadtarchiv schon nicht mehr in der Form gesehen. Ich kenne nur dieses Loch und diese Baustelle. Was war denn in dem Stadtarchiv drin? Was ist denn für Köln so wichtig? Da war bestimmt ein Schrein mit so einem Zwirbelschnurrbart. Mit so einem verfilzten, riesigen. Da gibt es den Schrein von einem Zwirbelschnurrbart. Dann sind da die handschriftlichen Manuskripte von Willi Ostermann. Wahrscheinlich noch die Liedsheets von verdammt lang her. Die leben bei der Kreissparkasse im Schließfach. Und dann von so philosophischen Welthits wie Ich bin ne Vampir und Ohlala, willst du eine Pizza? Oh Gott, ich bin ne Vampir. Ich beiß da in den Hals ohne Salz. Ist auch Höhner, oder nicht? Ja, ja, leider. Nee, das liegt auf jeden Fall da. Und natürlich das Originalrezept von echtem Kölsch. Das ist natürlich auch dort verwahrt. Du, Kölsch wird meiner Meinung nach ja so ähnlich hergestellt wie, jetzt hätte ich fast gesagt Köfte, aber das ist jetzt was, was wir quasi off-mic besprochen haben. Sondern Kölsch wird meiner Meinung nach so hergestellt wie dieser Kaffee mit den Katzen. Nur, dass du, um Kölsch herzustellen, quasi einen dicken Kölner brauchst, den du mit Pilz fütterst. Pilzin oder mit Pilz? Mit Pilz. Ah, okay. Mit Pilz in der. Und dann kannst du unten quasi das Kölsch abzapfen. Aber wo? Bruce Dickinson, der Sänger von Iron Maiden, ist ja ein totaler Kölschhasser und regt sich immer total darüber auf. Aber wird das vorne oder hinten gewonnen? Kölsch. Ja. Also durchläuft es den Darm oder die Blase? Naja, Farben, farbmäßig. Ich glaube, aus dem Darm kommt das Alt. Super. Super. Und das wird der zweite Hit von Willi Vanillowitsch wird aus dem Darm kommt das Alt. Und aus dem Darm küttert Alt. Genau. Weil nämlich, pass auf, du kannst ja im Prinzip eine ganze Strophe darüber singen, wie dein Kölsch über die Blase hergestellt wird. Und dann wirst du am Heumarkt mit Scheiße beschmissen. Und dann am Schluss singst du und aus dem Darm küttert Alt. Und dann sind sie wieder alle happy. Das erinnert mich. So einfach ist Köln. Aber während ihr jetzt gerade auf eure nicht erscheinende Bahn oder auf das nicht erscheinende Flugzeug wartet, habt ihr natürlich die Gelegenheit, nochmal ein paar alte Folgen zu hören. Und in einer von diesen, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich über meine Beziehung zu den Zipfelbuben gesprochen. Da gab es mal so eine kurze Liaison, die hat mich mal eingeladen, bei denen vorstellig zu werden. Es ist aber nichts draus geworden. Super nette Jungs an der Stelle. Aber ich glaube, da verrate ich auch keine Geheimnisse, wissen die Jungs auch selber, dass die Musik, die sie machen, mit dem ganz klaren Fokus Ballermann und Mallorca, natürlich jetzt nicht die größte deutsche Handwerkskunst ist. Die hatten jetzt vor kurzem, gönne ich den Jungs auch Grüße, wie gesagt, wirklich ernst gemeint an der Stelle. Die hatten einen nach Laila, ihr erinnert euch sicher noch, die Älteren werden sich bestimmt erinnern, diesen Sommerhit Laila, der so durch die Decke gegangen ist, der dann auch dieses ganze Mallorca-Ding nochmal nach vorne gebracht hat. Der war doch nicht von denen. Nein, nein, aber in dem Kontext, eine ganz witzige Geschichte, wir sind ja auch immer noch ein kleiner Musik-Podcast mit viel Laberei und schlechten 69er-Witzen. Ich suche schon den nächsten, by the way. Ja, erzähl du mal, ich suche auch mal ein bisschen. Auf jeden Fall ist das eigentlich so eine ganz geile Geschichte, weil Laila wurde vorhin, ich habe schon wieder den Namen vergessen, wir haben ja darüber gesprochen, zwei so Typen halt produziert oder nicht produziert, aber zumindest verkörpert oder interpretiert, die da so eine Nummer gemacht haben, die ja dann sogar so fast auf eine Art Index war. Also zumindest ist die ja ziemlich gehypt worden durch negative PR, weil halt da irgendwie ja im Prinzip der Kontext des Liedes ja war, dass die Laila einen Puff hat, also eine Puffmutter ist und sowas. Aber Megahits überall gelaufen, Millionen von Streams, unfassbar. Und kurz darauf kamen die Zipfelbuben mit ihrem Titel Olivia um die Ecke, wo ihnen auch vorgeworfen wurde, sie hätten das abgekupfert, dabei ist der Titel schon seit drei Jahren irgendwie in der Schublade und die wollten den eh bringen, waren also quasi, muss man sich so ein bisschen vorstellen, das ist auch das Witzige, gerade in diesem Ballermann-Business steche ich mir das super krass vor, im Karneval gibt es das im Übrigen auch. Ich erlebe das gerade, weil jetzt im Moment in diesem Karneval die Schreibsaison, wo halt alle jetzt schon nach den Titeln für die nächste Karnevalssession im November sind. Wir ja auch. Ja, wir ja auch. Und das ist halt ein total interessanter Wettlauf, weil alle schreiben gleichzeitig und jetzt kann es halt natürlich im Ballermann-Geschäft vor allem passieren, dass du an der Nummer arbeitest, das dauert halt ein paar Monate, je nachdem wie der Arbeitsprozess ist, bis die fertig ist. Du sitzt im Studio und hast eine Nummer, die eigentlich total fertig ist, wo alle in deinem Umfeld sagen, mega geil, wird ein Smasher am Bierkönig und dann bringen einfach zwei Wochen vorher zwei andere Dovis auch einen Ballermann-Song raus mit demselben Thema oder derselben Thematik und da muss man sich halt eben gut überlegen, bringt man die Nummer oder bringt man sie nicht, so sind schon einige Songs verbrannt worden. Auf jeden Fall haben die Zipfelbuben Olivia gebracht, die eigentlich, finde ich, sogar noch ein bisschen weiter geht als diese Puffmutter, da geht es um eine Frau, die irgendwie sehr leicht zu haben ist, die sehr offenherzig ist, um es mal so ein bisschen nett und allgemein zu umschreiben. Auf jeden Fall packe ich auch hiermit auf die Liste, nicht Olivia, sondern der neue Song von den Zipfelbuben, deswegen komme ich drauf. Der Song heißt Leco Mio, an sich schon sehr, sehr lustig, weil das habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Feuilleton bei Disco Furks. Und der Refrain geht, ich zitiere, Oh Leco Mio im Renault Clio, zwei Stunden lang, parampampam. Das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Oh Leco Mio im Renault Clio. Ganz, ganz feines Florett, muss ich sagen an der Stelle. Ja, ich gehe gerade die Autotypen durch, die mir so einfallen. Ich knüppel hart im Fastnacht. Wir müssen was mit Hyundai schaffen, das wäre richtig gut. Ja, challenge me. Ich klub Vanessa Mai, nur im Hyundai. Oh Gott. Nein, aber da muss schon ein bisschen alter Swag rein. Du meinst Cringe. Lass mich überlegen. Opel Rekord. Lombarda im Ford Granada. Ja, sowas ist ganz gut. Oder, oder, ähm, äh, 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 äh. Sauerei im VW T3. Ich muss sagen, O Leco Mio im Renault Clio ist schon ziemlich gut. Siesta im Fiesta. Oh Gott. Wie schlecht, wie schlecht, wie schlecht. Lass Miranda im Fiat Panda. Oh Gott. Flotte Käfer im Käfer. Ja, das ist zu einfach. Das ist definitiv nicht zu einfach. Aber da sind wir auf jeden Fall, ähm, ja, im Prinzip bei einem schon sehr unterhaltsamen Thema, äh, wobei ich jetzt gar nicht auf die Mallorca Schiene unbedingt gehen möchte. Ich wollte gerade sagen, aber du meinst ja City Mallorca Schiene. Ne, anders. Und zwar gute Nachrichten, ähm, für alle, die jetzt, wie gesagt, am Flughafen sitzen. Oder vielleicht habt ihr auch was anderes, wo ihr gerade warten müsst. Vielleicht sitzt ihr mit Kopfhörern gerade im Wartezimmer bei eurem Arzt vor eurer nächsten Prostata, äh, Suppenküche am Bahnhof oder sowas, Suppenküche, genau. Ähm, steht gerade irgendwo im Stau oder sucht noch einen Parkplatz und hört halt noch eine weitere Folge DiscoFox. Gute Nachricht für alle von euch da draußen, wenn ihr keine Zeit habt, keine Lust habt, keine Kohle habt, so weit zu fliegen. Äh, denn in wenigen Wochen ist es schon so weit, das ist auch eine gute Nachricht. In zwei, nee, in einer Woche schon. In einer Woche ist, ähm, Ballermann-Opening, das heißt, da geht jetzt auf jeden Fall die Saison los, aber die Flüge sind super teuer. Warum weiß ich das? Ich bin in, Montag in einer Woche bin ich am, äh, in Palma, ähm, denn da geht der nächste Jackliner los. Das ist auch noch nicht die gute Nachricht, denn für alle von euch, die sich denken, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute trinkt sich auch so nah. Ähm, die Schützensaison beginnt. Die ersten Schützenfeste stehen in den Startlöchern und Johannes und ich, wir können da natürlich, ähm, wobei Johannes, hast du eigentlich viel Schützenfesterfahrung, weil so viel gibt's das ja in der Trierregion gar nicht, ne? Ähm, ich hab ein paar Schützenfeste erlebt, ähm, wo ich so einiges erlebt hab, weil ich jetzt hier wirklich öffentlich nicht erzählen will. Ähm, ja, Schützenfeste. Und unschöne, also wahnsinnig. Wie findest du denn Schützenfeste? Wie, ähm, wie erklär ich dir das am besten? Also, ich fang mal beim, beim Eisbein an. Also so. Natürlich, das ist total naheliegend. Also, ne? Äh, Eisbein. Wie soll ich's? Nee, anders. Wenn, wenn, wenn du ein Schützenfest in einem Satz zusammenfassen willst, dann wäre das wohl der Satz, ich kann auch saufen ohne Spaß zu haben. Ja. Ja. Ich glaub, das ist so, also so Schützen, die nehmen das schon sehr ernst. Das ist auch die einzige Gemeinsamkeit. Ähm, wo hast du denn Schützenfeste so erlebt als, als Musiker? Äh, weiter weg. Also, nicht hier lokal im Trierer Raum. Da gibt's auch, glaub ich, gar nicht. Ich weiß, es gibt Schützen im Trierer Raum, aber so große Schützenfeste nicht. Ich war mal auf einem Fest, vielleicht weißt du, wo das ist. Ich war mal auf einem Fest, da war das sogenannte Deutsche Schützenfest. Das ist Neuss. Da war ja Neuss. Neuss ist das größte Deutsche Schützenfest. Ja, und da nannte sich, glaub ich, auch das Deutsche, zumindest hat die Formation, die mich da mitnahm, äh, mal gesagt, das Deutsche Schützenfest. Ja, das müsste Neuss gewesen sein. Also, ich mag mich auch irren, aber ich weiß, dass da auf jeden Fall das größte Zelt steht, das größte Schützenzelt. Die sind da auch, glaub ich, mehr als eine Woche am Start, hab ich auch schon ein-, zweimal gespielt. Und da kommen wohl so viele Vereine, dass die da eine Irrsinnsmenge an Schützen haben, auch Gastvereine. Also, das ist dann so ein bisschen, die ersaufen in Patronenhülsen. Das ist so richtig weird. Also, das Zelt war wirklich immens groß. Ja, und ich weiß gar nicht, was das für ein Platz da an Neuss ist, wo so ein Riesenzelt drauf passt. Und ich weiß nur noch, dass wir eigentlich noch am, man kennt so die Situation, Soundcheck war durch, und wir waren noch so am Aufräumen, als schon die ersten Schützenzüge begannen, das Zelt zu gehen. Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörerinnen erklärt. Deswegen frage ich auch regional. So mit Wimpel verleihen und so, ne? Genau, es gibt nämlich kleine Unterschiede, aber wir müssen euch natürlich so ein bisschen mitnehmen in das Prinzip Schützenfest, wie das funktioniert. Also, eigentlich wie bei jedem vernünftigen Dorffest, das gibt's ja auch bei Kirmes, bei Oktoberfest, man stellt halt irgendwo auf dem Dorfplatz oder außerhalb, auf dem Acker, auf einem großen Parkplatz, je nachdem, wo sich das halt gut eignet, stellt man ein Riesenzelt hin. Das können so ein 400-Mann-Zelt sein, das kennt man von Kirmesveranstaltungen, können aber auch Tausender, 2000-Mann-Zelte sein oder sogar mehrere Tausend Mann in ein solches Zelt gepfercht. Und dann ist beim Schützenfest eigentlich eine Gemeinsamkeit, die ich beobachtet habe, überregional immer, dass die meistens Donnerstag oder Freitag anfangen und das geht immer bis Montag oder Dienstag. Und dann hat jeder Tag so bestimmte Abfolgen. Also, es gibt so eine Art Warm-Up-Veranstaltung, dann gibt's was für die jungen Leute, das ist meistens der Freitag, dann wird dann auch oft mit einem DJ was gemacht. Da kostet's dann auch oft Eintritt, weil dann nicht Schützen kommen, wo dann halt so Party im Zelt ist. Dann gibt's samstags normalerweise den großen Schützenball. Da wird dann das Schützenkönigspaar des Vorjahres verabschiedet und das Neue intronisiert. Die sind dann für ein Jahr Schützenkönig und Schützenkönigin, die sich das natürlich erschossen haben bei einem Wettschießen im Vorfeld. Und sonntags gibt's in der Regel auch nochmal ein Wettschießen. Meistens wird da auf so einen komischen, zusammengebauten Vogel geschossen. Und wer den Kopf von dem Vogel, der aus Holz und Federn präpariert wird, runterballert, der hat dann auch irgendwie was gewonnen. Dann gibt's Fahnenschwenker und ganz wichtig ist natürlich diese ganzen Schützen, die rennen die ganze Zeit in Uniformen rum, haben Gewehrattrappen die ganze Zeit dabei oder anderes, was man wie ein Gewehr trägt. Ach so. Und laufen durch die Gegend, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Also so ein bisschen wie so ein Karnevalszug, nur dass halt eben lauter Uniformierte im Gleichschritt... Eine Parade. Genau, eine Parade durch den Ort so ein bisschen. Man kennt das vom Roten Platz in Moskau. Da gibt's auch so eine Art Schützenfest immer mal wieder. Nur mit mehr Waffen und vor allem auch noch so Panzern und so einem Scheiß. Das ist beim Schützenfest natürlich nicht. Dann hat Johannes eigentlich auch schon alles vorweg gegriffen. Also nicht, dass die Schützen das nicht probiert hätten mit den Panzern. Aber da hat dann die Regierung doch gesagt, Leute, wir bleiben bei Handfeuerwaffen. Wir bleiben bei Handfeuerwaffen. Keine Flak. Keine... Das wäre auch zu einfach. Den Vogel mit einem Panzer abschießen. Ich war halt auf die erste Militärparade in den USA, wo nur noch Drohnen über die Straße fliegen. Megawitzig, ja. Das kommt bestimmt irgendwann. Ja, aber auf jeden Fall wird bei den Schützenfesten dann eben, wie Johannes schon sagte, hart gesoffen. Ich kann mich noch an ein Schützenfest erinnern. Und dann, da haben wir, also ich habe leider sehr, sehr viel Schützenerfahrung, weil wir echt damit, kann man eigentlich sagen, eine Zeit lang mein Geld verdienen. Und dann haben wir immer das große Vergnügen gehabt, eben alle Tage mitzunehmen. Also wir waren dann meistens Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag da im selben Zelt. Nachts saß da immer irgend so ein lohngedammter Typ, der wahrscheinlich von der ARGE geschickt wurde. Er hat unser Zeug bewacht als Nachtwache. Meistens für 50 Euro fürs ganze Wochenende und hatte dafür aber frei Sorgen. Und ihr habt in irgendeiner scheiß Ferienwohnung mit irgendwelchen Klappbetten fünf Tage pennen müssen. Ja, ganz übel. Und du hast halt auch jeden Tag nur... So Bettwäsche selber mitbringen. Genau, Bettwäsche selber mitbringen. Du hast natürlich wenig geschlafen, weil die Dinger immer voller so Tagesgäste waren, die auf der Durchreise sind. So Leute, die zum Job da sind oder zur Montage oder sowas. Du hast ja also morgens um halb sechs ging dann da immer schon die ganze Zeit irgendwie die Tür und die Dusche und der Föhn. Pension. So richtige Pension. Da hast du immer schlechtes Frühstück bekommen mit dünnem Kaffee. Hast dann in Krefeld rumgehangen den ganzen Tag, weil du ja auch... Ich meine, was willst du da machen? Du bist halt in der Nähe von dem Schützenzelt in der nächstbesten Pension. Und du trinkst in der Regel, genau. Und bist dann immer, je nachdem wann Spielen war, bist dann einfach wieder zu dem Job. Und das Allerschlimmste war eigentlich immer das Essen, weil es gab dann eben auch fünf Tage Schaschlik-Spieß oder Currywurst-Pommes oder hier diese Grill-Champignons aus dieser überdimensionierten Pfanne mit so einer Aioli. Wie keine Haxen, keine Eisbeine, kein... Da gibt es, also bei den Niederrheinschützen, so bis Neuss rauf, gibt es das ja, also vielleicht mal Spießbraten gab es ab und zu, so je nachdem wann die Feste sind. Aber ansonsten... Ist auch für dich als Veganer war das ja der Hit, ne? Ja, da war ich noch nicht vegan. Du hast ja irgendwie... Ah, okay. Das ist aber einer, mit einer der Gründe, warum ich mir wahrscheinlich an so Sachen auch da wirklich den Ekel geholt habe, weil du isst halt fünf Tage Currywurst-Pommes. Das Schlimme ist ja, irgendwann hast du ja das Gefühl, du guckst dir die Leute an, wie die der Zeug besoffen in sich am Reinfressen sind in ihrer grünen Filzuniform. Und denkst, na, wenn ich dir jetzt die Uniform ausziehe und bei Tönnies irgendein Rumäne hat verwechselt, dann weißt du nicht mehr, ob der Konsument oder der Produzent des Fleisches ist. Das stimmt, das ist vollkommen richtig. Ich war auch ein richtiger... Heißte, schwitzende, rotbackige Typen, die sich von einem Schwein nur noch durch einen Schnurrbart unterscheiden. Das ist halt einfach so. Ich war auch ein richtiger Currywurst-Experte dadurch eine Zeit lang, weil du hast halt an jeder Pommesbude von Koblenz bis Münster hast du Currywurst gefressen. Dass die ihre eigene, geile, hausgemachte Soße haben. Ey, am Arsch. Und du hast hinter dem Laden standen immer die weißen Plastikeimer mit der fertig angerührten Pampe, die immer vom gleichen Großhandel kamen. Nee, es gab Unterschiede, nämlich einfach nur die Frage, wie viel billigen Aldi oder Lidl-Ketchup die noch in die Currysoße reingehauen haben. Da hat dann jeder seine eigene Mische am Ende. Und wie viel Currypulver man drauf tut. Das ist ja auch immer allerfeinste Ware, ist natürlich alles hier aus Ceylon eingeflogen und richtig gutes Zeug. Und auch die Pommes immer so richtig schön, das Salz noch drüber, weil der Deal mit dem Zeltwirt natürlich auch ist, mach die Pommes schön salzig, die sollen saufen, die Schweine. Naja, also da würde ich halt relativ schnell zu dem Mann in der Currybude sagen, Bodo, Curry ist kein Safran. So in etwa. Ey, was habe ich da, ich habe bestimmt eine Tonne Currywurst gefressen. Locker. Und dann erinnere ich mich immer noch. So, du meinst in deinem Leben? Ja, auf jeden Fall. Okay. Und leider erinnere ich mich auch noch sehr, sehr deutlich an die Getränkebedingungen, weil ganz oft ist bei Schützenfesten auch so, so der Schützenverein selber ist halt so mit, ist so, sag ich mal, in dem Hyundai-Job, den wir so kennen, der Sparfuchs unter den Veranstaltern. Das sind halt oft die, da gibt es halt irgendeine Gesellschaft, also einen Verein, dann gibt es irgendeinen Kassenwart, die haben dann Budget ausgelobt, das muss schon der Band passen. Das heißt, du hast auf jeden Fall schon vorher in Bentley, der sagt, ja, wir haben, also Gage ist nicht so toll, ist sonst nicht so meine Art, sonst zahlen wir besser. Oh, aber wir haben dafür auch fünf Tage musst du dein Zeug nicht bewegen, weil wir haben Zeltwache. Das war immer schon das Erste. Wir haben auch fünf Tage Rambazamba. Genau, so wird dann der Job verkauft, dafür hast du aber auch fünf Tage den Kalender voll, weil du halt fünfmal sechs Stunden in diesem verfickten Zelt spielen musst. Und dann immer dieses geile Argument, wir haben auch Zeltwache, du kannst alles stehen lassen nachts. Du wirst lachen, diese Ess-Situation bei so Veranstaltungen, und ich habe ja eher so, meine Vergangenheit liegt ja dann eher so bei den berühmten Luxemburger Balern, die eigentlich genau wie Schützenfeste sind, nur ohne Uniform und ohne Schützen, aber sonst das gleiche Prinzip, speziell was den Geiz betrifft. Haben die auch Fahntanz gemacht? Nee, jein. Nee, da gaben die überhaupt keine Tradition, das war letztlich nur sich besaufende Landjugend. Teilweise ganz gut logistisch organisiert, weil das Land Luxemburg dann auch diese berühmten Nightrider-Busse, oh nein, die waren nicht schwarz und haben mit dir geredet. Kid, bring mich nach Hause. Genau so in etwa. Aber die konntest du halt auskärchern und das mussten die auch, die haben nämlich tatsächlich die Kids heimgefahren. Also in Luxemburg ist Sperrstunde um drei gewesen und dann sind die alle da in diese Busse gesprungen und dann wurden die wirklich heimgefahren. Was ich eigentlich einen geilen Service finde, aber dementsprechend haben die sich halt auch zugerichtet. Ja, klar. Und ich erinnere mich, dass ich in der Zeit immer mehr Affinität entwickelt habe, vor Ort nichts zu essen oder Pommes. Und dann aber so den Feierabendsnack, der sich zu einer üblen Angewohnheit entwickelte irgendwann, halt bei McDonalds einzunehmen, weil ich da wenigstens wusste, das ist sauber. Und der Typ hat sich nicht gerade irgendwie die Klabusterperlen rausgekratzt, bevor er irgendwie mein Essen anpackt. Da wäre ich mir nicht so sicher, aber ja, ich verstehe ihn sowieso. Ich war immer der Meinung, so ein Festchen, je nachdem, was da für ein Alfons am Grill steht, hat schlechtere Hygienebedingungen als die meisten regelmäßig überwachten Schnellrestaurants. Ich will aber keine Lanze für das Mistessen bei McDonalds jetzt brechen. Ich sage nur, aus dem Grund kam ich dann irgendwann dahin, weil ich halt tatsächlich dachte, komm, dann ist es wenigstens sauber und 24 Stunden verfügbar. Und wenn du nachts spät gehst, dann läuft ja auch nur so eine Notbesetzung, da ist ja nicht viel auf Halte, dann ist das Zeug auch warm. Ja, das stimmt. Und du kannst nochmal eine Pause machen, kannst nochmal essen und so. Oft frisch gemacht haben wirklich, ja, klar. Ja, frisch ist da jetzt auch ein weit dehnbarer Betriff. Frisch aufgetaut. Ich sage mal so, mein Rekordessen war tatsächlich, das war, wo war denn das? Ne, das war noch nicht mein Luxemburg, da habe ich eine Aushilfe gespielt, irgendwo im Trierer Großraum. Aber war halt so, hätte in Luxemburg auch so sein können, ein sogenanntes Kotelett, in das ich reingebissen habe, zwischen zwei Scheiben Brot. Also jetzt nicht in den Schwenkern Brötchen, sondern richtig Brot. Ne, so deutsches Brot. So. Und ich stelle halt fest, wie ich, also ich beiße in den Schwenker und ich stelle fest, das fühlt sich so ein bisschen an wie, wie, ähm. Kennst du diese, diese Glibberhände, die man so gegen Scheiben schmeißt und dann wieder abzieht? Ja, so halt so, wie so ein unzerstörbarer Gummi, der aber super glibberig war. Also das war halt eine Fettmasse. Und ich fing dann an zu ziehen und hatte tatsächlich einen ausgestreckten Arm und das Stück war immer noch nicht abgetrennt. Und das Brot war sich schon vom Druck meiner Finger so am Zersetzen in der Sapsche von dem Fleisch. Ja, da hättest du halt so kurz gehoben. Du hättest eine Schickerwarnung machen müssen vorher, Johannes. Warum? Du hast eben 69er Witze erzählt, ohne Vorwarnung. Die waren weniger ekeler, als dieses Essen. Jedenfalls hab ich dann kurz gewürgt. Hab das Essen dann dezent im Mülleimer entsorgt. Das war einer, also hab halt beschlossen, heute Abend gehst du zum Meckes. Also schön ein Schaschlik mit Knorpel und sowas, auch was ganz was Feines. Oder halt auch, ich mein, ich hab das auch oft anders erlebt. Zum Beispiel ein sehr gutes Catering erlebt bei einem Weinfest in Trier. Der Weinfest ist auch was anderes. Wo wir gespielt haben. Und ja, ich muss sagen, das Gulasch war mega geil. Ich hab den ganzen Abend dieses Winzergulasch gefuttert und dachte immer, wie geil, da sind Maronen drin. Und da waren dann halt Nierchen. Und da hab ich, ich hätte es mir vorher gesagt, da sind Nierchen drin, da hätt ich mich wahrscheinlich geziert. Und so hab ich halt reingemümmelt und hab mir danach halt erzählen lassen. Aber zu Nierchen, oh geil, da hätt ich nicht gedacht. Aber das ist eigentlich interessant. Das hätte auch Klöten sein können. Ja, das ist auch eigentlich egal. Schmeckt wahrscheinlich genauso. Deswegen, ja, aber das ist eigentlich interessant. Weil ich finde generell, bei den Weinfesten war das auch immer ein bisschen vom Essensangebot her ein bisschen schicker. Also ich weiß echt nicht, wie es da in der Trierer Region ist. Aber hier war es halt wirklich immer nur, meistens das Zelt drumherum. So eine Mini-Kirmes gehört oft dazu. So mit einem Fahrgeschäft, einem Schießstand natürlich und irgendwie Dosenwerfen. Und natürlich der obligatorische Zuckerwatte, Popcorn, Zuckerstangen. Und so ein Automat, wo du so Stoff ausziehst, wo du Nier hins kriegst. Genau, so ein Automat, wo du Dinger ziehen kannst und halt dann dieser eine Essensstand. Und er hat halt immer nur diese vier, fünf Gerichte. Und das war auch immer das Gleiche. Wahrscheinlich auch ein bisschen, hier ist ja alles Ballungsgebiet. Weil natürlich wahrscheinlich auch auf jedem Schützenfest sonst die Meckerei groß wäre, zu sagen, bei den Schützen gibt es aber immer das und das zu essen. Deswegen war das wahrscheinlich so ein bisschen einheitlich. Gab es bei euch denn auch die Tradition des Eintopfs? Nee, auf den Festen nicht. Mit Eintopf meine ich, jetzt sind hier schön Gemüse im Kübel. Sondern Eintopf ist ja Pommes, Currysoße, Frikadelle. Oder Pommes, Frikadelle mit Soße in einem Kübel. Die kenne ich auch eher aus der Trierer Region tatsächlich. Also aus der Gegend. Also ist mir generell, so Frikadelle ist mir ganz wenig begegnet. Weil die hat ja auch nochmal so eine spezielle, so eher so eine Art Bratensauce dann dabei. Also nicht diese typische Currysoße, die auf Ketchup ist. Also man könnte jetzt meinen, dass wir jetzt voll die Gourmets sind. Und so das Essen war durch die Bank weg, wenn ich jetzt über einen Kamm schere und mal so einen Mittelwert aus all meinen Veranstaltungen ziehe, war das Essen durch die Bank weg scheiße. Ja, voll. Also ich weiß nicht, ich habe es bestimmt schon mal erzählt, aber der Zenit war ein Pommes aus dem Plastikeimer. Ich erinnere mich an die Geschichte. Ja, die hast du dir erzählt. Oder ein Eimer Wasser mit einer Schöpfkelle war auch ziemlich geil. Ich meine, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Schützenfeste waren auch immer wegen dieses Sparzwangs so das Ding, dass du abgezählt so Getränkebongs auch bekommen hast, wo dann irgendwie jeder nur ein Getränk pro Stunde hatte oder wo dann der Bandleader, um das der Band so ein bisschen weiter schmackhaft zu machen, dann vorher noch irgendwie beim Getränkemarkt sich selber Getränke gekauft hat, damit er die Band damit versorgen konnte. War das dann auch günstiger, war dafür dann irgendwie 30 Euro auf die Rechnung aufgeschlagen oder so. Ich kann mich an Schützenfest erinnern, wo wir beim Essen draußen auf so einer Bierzeltgarnitur saßen, schlangen das rein, weil wir ja immer nur so eine Viertelstunde hatten, um Pause zu machen, Pausenmusik anzumachen, rüberzulaufen, uns in die Schlange zu stellen, weil auch keine Sau uns vorgelassen hat. Oder ein Veranstalter, das wenigstens organisiert hat, sagt, ey, die Jungs, die machen um neun Uhr eine Pause zum Essen, dann kommen die, nimm die mal bitte vorher dran, zu bestellen. Ja, der macht denen was fertig. Ja, also nie, hab ich nie erlebt. Ich mag mich irren, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Und dann saßt du immer da mit dieser verdammt heißen, wenn du Pech hattest, gerade frische Pommes, die Wurstheiß, da hast du immer den Gaumen komplett aufgebrannt mit der Scheiße. Wie bei so einem gefrorenen Pizza-Baguette, wenn der zu frisch war. Ganz schlimm. Und dann saßt du da und gerade als Sänger, toll, wenn du so gerade frisch den Gaumen so weggefräst hast. Und dann sitzt du da und hast eigentlich noch so drei Viertel von deiner, das waren ja immer noch diese Plastikteller, diese großen, wo du immer Pommes mit Mayo, Ketchup und dann eine Riesenportion Currywurst dann auch da drauf. Dann hat es den noch zu drei Viertel voll. Und dann stand schon der Veranstalter neben dir, oder meistens ja, muss man auch betonen, nicht der Veranstalter, den du schon kanntest, sondern irgendein anderer wichtiger in der grünen Filz-Uniform, wo du überhaupt keine Ahnung hast, wer der ist und was der zu sagen hat. Der steht aber auf einmal neben der Band und sagt, ihr seid ja immer noch am Essen, komm jetzt mal hier weiter, wir zahlen teuer Geld dafür. Und wo du dann teilweise, das werde ich nie vergessen, unser Schlagzeuger, den du ja auch kennst, der hat dann teilweise diese Platten immer mit zur Bühne genommen und saß teilweise noch während des ersten Songs des nächsten Sets, saß immer noch, Ach, das hat früher ein Keyboarder, der hat ganz ungeniert sich Catering während dem Spielen, beziehungsweise während dem Abfahren der Songs, den live gespielt hat er wirklich nicht, sich auch völlig ungeniert den Krempel reingedrückt. Ah, ganz, 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 ganz toll. Aber ich will ein bisschen Werbung machen, wenn ihr also Lust habt, schützenfest bei euch in der Gegend zu besuchen. Wir haben jetzt eigentlich schon viele schöne Dinge rausgestellt. Ich möchte noch gerne weitermachen. Vielleicht eine kurze Liste. Spontanes Ranking. Die fünf Sachen, die ihr mitnehmen solltet auf dem Schützenfest. Ich fange an. Dreadlocks. Auf jeden Fall wichtig, Dreadlocks. Also dann kommt ihr super an auf dem Schützenfest. Platz fünf Dreadlocks. Platz vier so eine Bali-Hose, die so gebauschte Beine hat. Platz drei sind so Sandaletten mit Korbssohlen. Esbandrillos heißen die. Esbandrillos. Platz zwei, ein gebartigtes Muskel-Shirt, absoluter Renner. Und Platz eins ist eine Riesenkette aus Gold, wo auf deiner Brust der Schriftzug Mohammed ist. Dann bist du der König auf jedem Schützenfest. Wenn ihr das macht, liebe, liebe Disco-FoxianerInnen, kriegt ihr sowas von die Hucke voll auf dem Schützenfest. Nein, was ihr auf jeden Fall mitnehmen müsstet. War immer eine unangenehm, latent-aggressive, nicht spaßige Atmosphäre auf dem Schützenfest. Ihr müsst auf jeden Fall Gummistiefel mitnehmen und auf jeden Fall solltet ihr nicht allzu gute Laune zeigen, sondern ihr müsst warten, bis so elf Uhr ist. Dann gibt es einen kurzen Zeitraum, wo die Laune richtig toll ist, also wo auch alle sich liebhaben und einfach nur so angenehm besoffen sind. Und dann kippt das aber innerhalb von 30 Minuten. Wenn die kurzen getrunken werden. Also man kann so sagen, zwischen halb elf und halb zwölf gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass alles super ist. Aber spätestens um halb zwölf kippt bei einem Teil der Leute die Stimmung. Und ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, ich habe bestimmt fünf Jahre jedes Jahr die Schützensaison komplett mitgenommen. Auf ausschließlich jedem Schützenfest gab es am Ende eine Schlägerei, meistens von den jungen Leuten. Das Absurde an Schützenfesten ist ja auch ähnlich wie bei eigentlich allen Zeltveranstaltungen am Land. Du hast ja eben auch drei Generationen im Zelt. Du hast ja die Jugend, die da hingeht, weil sonst nichts ist. Dann hast du die Leute. Dann soll die Alten mit den Narben auf den Fettbacken. Genau. Und das macht es auch so schwer für uns, weil die wollen ja auch noch irgendwie Movistar und Himbeereis zum Frühstück im ersten Set hören, weil die noch Disco-Fastanz sind. Die, die ich meine, die wollen eigentlich eher Fliegermärsche hören. Ja, gut, aber die sind schon so weit assimiliert, dass sie halt gelernt haben, das kannst du dir nicht mehr wünschen. Da gucken alle komisch, deswegen tanzen jetzt auf Hoffmann und Hoffmann und sowas. Auf englische Musik. Ja, oder halt so Himbeereis. Also ich erinnere mich immer, erstes Set war immer sowas wie Bett im Kornfeld, aber bitte mit Sahne, Himbeereis zum Frühstück. So alte Schlager, die die Generation gut findet, so ungefähr 40 Minuten lang, dann sind die happy. Dann war der Übergang immer über sowas wie einen Stern zu den jüngeren Schlager-Fans, damit die Disco-Fox tanzen konnten. Und dann bist du eigentlich schon relativ bald so ab Fülle nach Neuen in den asozialeren Bereich rüber, bis man dann irgendwann, also ich weiß noch, wir haben mit einer Band wirklich im Schützenzelt regelmäßig die Atzen gespielt und sowas. Oder auch so Ballermann-Zeug. So, ja, Atzen habe ich auch gecovert, musste ich sogar singen, war... Ja, ja, so Disco-Pogo und so Ballermann-Sachen liefen da auch mal ganz gut, so Mickey Krause-Songs und so ein Kram. Also definitiv ein Spaß für Jung und Alt. Ich kann mich nur noch erinnern, sonntags, 13 Uhr, du baust gerade dein Zeug, oder stimmt ja nicht, du kommst ins Zelt und guckst gerade, ob der Nachtwächter wirklich dein Zeug bewacht hat und ob noch alles geht oder ob in der Zwischenzeit einer irgendwie sieben Liter Bier drüber geschüttet hat, guckst von deinem Board auf und siehst, wie eine junge Frau, maximal 18 Jahre alt, hier in der Gegend macht man das mit einer langen Stange Bier, eine 1,50 Meter oder 2 Meter lange Stange voll mit Pilz an den Hals setzt und die leer zieht, bis diese Meter Bier weg sind. 13 Uhr, werde ich nie vergessen. Wie eine Stange. Das ist eine Glasstange. Wie eine lange Glasröhre. Genau, die wird oben gefüllt. Also wie ein Pitcher. Ja, im Prinzip, aber die ist richtig lang, also mindestens 1,70 Meter bis 2 Meter. Die wird dann mit mehreren Leuten... Wie viel Bier sind da drin? Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall mehr als der Meterbier. Ich kenne aber zum Beispiel im Westerwald oder auch im Saarland gibt es das, glaube ich, auch diese Holzgestänge, wo du die 0,3er Gläser reinmachst für einen Meter. Das ist ein Elfgläser, Elf 0,3er Gläser. Genau, also das kenne ich auch, das ist es nicht. Wir haben uns einmal auf einer Kirmes einen Meter Schnaps in den Gläser gestellt. Das ist auch brutal. Das war ein ziemlicher Abschluss. Das ist auch richtig übel. Nee, aber die haben... Das Ding wird mit Bier gefüllt, wiegt dann auch einiges, muss dann mit drei Leuten getragen werden und dann ist eigentlich der Deal, dass du das mit mehreren Leuten halt dann eben trinkst und siehst einfach nur total martialisch aus. Und ich sah nur dieses junge Mädel, die wirklich... So wie Stiefelsauf. Ja, genau, ein sehr, sehr langer Stiefel halt und die setzt dieses... Ich meine, du kennst das doch auch, das kennen wir alle, so diese Dorfschönheiten, weißt du? Also die ist nicht so richtig schön, sondern du siehst halt, die ist auch sonntags immer mit im Stall und so, weißt du? Die hat ein Kreuz, wie ein Ruderer. Heinz Strunk hat bei Fleisch ist mein Gemüse. Ich zitiere jetzt, oder zumindest paraphrasiere ich, das spiegelt also nicht unsere Meinung wieder, hat er diesen Frauen etwas Säuisches zugemessen und ich glaube, das trifft es ziemlich genau, ne? Absolut. Aber wir sind heute aber auch Arschlöcher. Ich kann aber leider nur sagen, lest alle nochmal das Buch, Fleisch ist mein Gemüse, denn das, was da drin steht... Je älter ich werde, desto weniger muss ich dabei weinen. Das? Das ist eigentlich sehr gut. Und wenn ihr euch vorstellen wollt, wie es ist, Musiker in diesem Job zu sein, Heinz Strunk hat eigentlich alles gesagt. Das ist exakt, zu 100 Prozent ganz genau, in diesem Buch ist nicht eine Übertreibung drin, definitiv nein. Das ist alles ganz genau die Wahrheit. Zumindest, was die Bands und so. Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Ey, wie die da diesen Meter weggeextet hat. Leck mich am Arsch. Und die war wahrscheinlich vorher noch mit ihren Eltern in der Messe, weißt du? Die wollte jetzt mal Get the Party Star. Das Schützen-Set, 13 Uhr, Heilewitzke ein Kapitän und dann geht der Spaß los. Ey, unfassbar. Unfassbar, wirklich. Egal, habt Spaß. Wir driften ab. Wir driften ab von einem Thema, was uns eigentlich gar nicht... Wir wollten, nein, wollten wir beim Schützen. Ja, ich schon, ich habe hier auf meiner Liste stehen. Wie gesagt, die Saison beginnt, ansonsten könnt ihr jetzt gerne noch an den Ballermann fahren und euch da volllaufen lassen. Wobei, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber vielleicht noch eine abschließende Frage zum Thema Schützen. Meine Frage können wir eigentlich gerade hier im On diskutieren. Wenn du ja nächste Woche auf dem Jackliner bist, was wird denn aus unseren Fans? Das müssen wir uns auch noch in Ruhe überlegen, auf jeden Fall. Kannst du von unterwegs aus broadcasten? Ich fürchte, nein, weil wir sind ja immer tagsüber Programm, abends kein WLAN mehr, weil das schnippert, das schnippert immer irgendwo weiter. Müssen wir mal noch gucken, wie wir das machen. Dann müssen wir ja quasi vorproduzieren. Ja, wäre wahrscheinlich am sinnvollsten. Um Gottes Willen, ich werde sehr viel zu tun haben in nächster Zeit. Aber kriegen wir hin. Ich denke, wir werden wahrscheinlich eine Folge voraufzeichnen. Das wäre das Vernünftigste. Also wahrscheinlich so nächste Woche bekommt ihr erst mal diese Folge und dann ist ja noch eine Woche. Dann also quasi, ich muss mal kurz in meinen Kalender schauen. Moment, wann fährst du ab? Genau. Komm, jetzt sind wir mal hier völlig transparent. Ja klar, am 1. Mai legt das Schiff ab. Das kann natürlich jeder auf den Seiten von TUI Cruises sehen. Das heißt, ihr bekommt auf jeden Fall nächste Woche Freitag noch eine brandheiße Folge Disco-Völks am 28. April. Und ich nehme an, dass Johannes und ich das dann einfach so machen werden, dass wir schauen, dass wir an dem Wochenende euch noch eine wunderbare Folge aufzeichnen werden. Ganz entspannt, sodass ihr selbstverständlich am 5. Mai eine Folge habt, denn am 12. Mai bin ich auch schon wieder auf dem Schiff. Was? Auf dem nächsten Schiff? Ja, ich habe zwei Schiffsreisen diesen Monat. Okay. Total weird. Wann bist du denn? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine Pause machen. Wir müssen, also ihr macht euch keine Sorgen da draußen. Ihr bekommt jeden Freitag eine Folge bis zum Sommer auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall gewährleistet. Stimmt, wir haben aber noch gar nicht die Sommerpause diskutiert und wann und wie wir die machen. Ja, aber es gibt ja genug Sachen. Lass uns noch über was Schönes reden. Ich bin am... Ich finde, die Sommerpause ist was sehr Schönes. Ja, für uns, aber nicht für unsere Fans. Aber ich habe noch einen spannenden Gedanken. Ich habe noch eine Frage zum Schützenfest abschließend. Was ist für dich der Hyundai-mäßige Banderfahrungssong, den du am allerstärksten mit einem Schützenfest verbindest? Jetzt spontan. Oh, warte, warte. Ich habe direkt einen im Kopf. Ich muss ein bisschen nachdenken. Ich muss ein bisschen nachdenken. Doch, habe ich direkt einen sogar sehr stark im Kopf, ja. Vielleicht kommst du sogar auf den gleichen. Könnte ich mir vorstellen. Gib mir eine... Echt? Schützenliesel. Ja? Naheliegend. Dreimal hat es gekracht. Auf jeden Fall. Schützenliesel definitiv. Ganz klar. Ich denke an... Und Flieger grüßt mir die Sonne. Ne, Aloahe, Achim Reichel, das Ruder-Ding. Ach hier. Das hat sich ja auch immer... Weil die sowieso an so Bänken sitzen, ne? Genau, ja, beziehungsweise dann auch teilweise auf diesem Bretterboden, den so Zelte haben. Aber das haben wir auch ganz oft gehabt, dass die dann so auf dieses Aloahe sich dann irgendwie alle da hingesetzt haben und gerudert haben. Das definitiv so schützt. Weil die halt nicht mehr stehen. Das ist im Prinzip der einzige Tanz, der dann irgendwann noch geht, weil die halt nicht mehr stehen können. Ja, und so schön zu singen, wenn du besoffen bist. Das ist so ein bisschen... Mir fällt jetzt neben Achim Reichelt, fällt mir da noch Jack White ein. Und da meine ich nicht den deutschen Schlagerproduzenten Jack White, sondern den amerikanischen Star-Gitarristen Jack White. Beides Leute, die bestimmt ihre Musik nicht unter der Ambition geschrieben haben, dass sie so missbraucht wird, wie sie halt nun mal wird. Ey, Seven Nation Army ist ja auch so eine Nummer, die ist ja... Ich mein, wenn du dir mal die Konsumentenüberschneidung von Seven Nation Army und Scooter... Das sind ja genau die... Nur, ich glaub halt, dass Jack White das nie im Sinn hatte. Das macht's ja noch trauriger. Wobei, ich bin mir auch sicher, dass Achim Reichelt hatte das im Sinn? Nicht, mit Sicherheit nicht. Ich glaub, der wollte tatsächlich ernsthaft eine leicht melancholische Nummer... Das waren halt auch die 80er, ne? Das war eigentlich eine Seefahrer-Nummer. Der wollte so anknüpfen. Aber der wollte halt nix... Das war ja keine Funktionsmusik. Das war ja nicht für irgendwas hingebraten. Ey, der Text ist ja auch total krank. Also da gibt's ja auch wirklich so... Hugenotten kommen da drin vor und hab salziges Wasser geschluckt. Die Streptokokken mit Hugenotten. Die Streptokokken. Den haben die Hugenotten geholt. Ich weiß gar nicht, was das singt. Das sind aber auch nicht die Streptokokken. Keine Ahnung, aber sowas in die Richtung. Herr Doktor, ich hab Hugenotten. So, wir haben den Folgennamen, würde ich sagen. Herr Doktor, ich hab Hugenotten. Ja, müssen wir vorher noch mal mit unserem Anwalt klären, ob man Hugenotten einfach so noch sagen darf. Ach, meinst du das? Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Nee, jetzt mal im Ernst. Keine Ahnung, es ist bestimmt eine Beleidigung in irgendeiner Form. Ich glaube, dass Hugenotten keine Beleidigung hat. Ich glaube, das ist tatsächlich ein... Wie der Kölner sagt, mit Adelsgeschlecht. Adel nicht, Hugenotten kann ich dir genau sagen, weil ich war ja gerade erst in Afrika, da spielen die eine große Rolle in Südafrika. Die Hugenotten sind Franzosen. Das waren Protestanten in Frankreich, die aber wegen der Katholiken dort vertrieben worden sind. Kein Scheiß. Ach stimmt, du bist auf Wikipedia. Nee, ist wirklich so. Also das in Stellenborsch lernst du das, wenn du da eine Stadtführung machst. Das sind so die Gegenden, wo die ganzen Franzosen gelandet sind. Das sind fast alles Nachkommen von Hugenotten, die halt wirklich darunter ins Exil geschickt worden sind, weil die Protestanten waren. Also protestantische Franzosen. Eben habe ich mich auch mal kurz bei Wikipedia eingeloggt, weil ich gedacht habe, wenn wir ja jetzt schon irgendwie die ganze Zeit so cringige Witze reißen, dann muss auch einer von uns mal den Service-Part übernehmen. Ja, bitte. Und deshalb lese ich jetzt mal kurz vor. Als 69 wird eine sexuelle Stellung bezeichnet, bei der beide Partner einander gleichzeitig oral stimulieren. Dabei liegen die Partner übereinander oder auf die Seite gedreht, sodass jeweils das Gesicht des einen Partners den Genitalien des anderen zugewandt ist. So können die äußeren Geschlechtsorgane der Frau, in Klammern ihre Vulva mit Schamlippen und Klitoris, sowie der Penis und der Hodensack des Mannes gleichzeitig durch den Mund, in Klammern die Lippen, die Zunge, eventuell die Zähne, des anderen oral stimuliert und liebkost werden. Diese Stellung wird vor allem beim Vorspiel angewandt. Sie kann aber auch zu einem nacheinander erfolgenden oder gemeinsamen Orgasmus führen. Darunter sind ein paar Zeichnungen. Ja, die packen wir in die Show Notes. Mann, Frau, Mann, Mann, historische Zeichnungen. Mann, Mann geht auch. Ja, steht auch hier extra die Position, kann sowohl zwischen Frauen als auch zwischen zwei Frauen oder zwei Männer durchgeführt werden. Die orale Stimulation der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane wird als Cunilingus bezeichnet, während die orale Stimmung des Penis Bellatio genannt wird. So, Etymologie, wobei die Etymologie spare ich mir jetzt. Ja, ich dachte nur, ich reiche vielleicht noch die offizielle Beschreibung der 69 nach für unsere kleinen Zuhörer, die vielleicht sonst die Witze nicht verstanden hätten. Ja, nee, das ist auch besser so, definitiv. Ich habe übrigens nur einen. Bei 69 kommt Corona ganz durcheinander und ist total irritiert. Sie weiß dann nicht mehr, wo oben und unten ist. Um Gottes. Also, ihr lieben Leute, wenn ihr immer noch Angst vor Corona-Infektionen habt, einfach 69 durchführen die ganze Zeit. Dann ist Corona irritiert. Das Virus weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Ist wahrscheinlich eine ganz gute Methode, definitiv. Ansonsten geht mal auf jeden Fall in eurer Gegend auf das Schützenfest. Das ist eine total wichtige Sache. Ja, jetzt müssen wir noch ganz schnell ein paar Themen vielleicht kurz abhandeln. Ich habe noch eine Frage, beziehungsweise da wollte ich mal deine Meinung zu hören. Ich gehe am Freitag, ne Quatsch, am Donnerstag seit langem mal wieder auf ein Konzert. In den Puff. Auch, aber danach gehe ich in ein Konzert. Ja. Und finde es ganz cool, weil die Band, die ich schauen gehe, die ist gerade auf Konzerttour. Die haben das auch sieben Millionen mal verschoben wegen Corona, wo wir wieder beim Thema wären. Und was ich sehr cool finde, ist, dass die über Instagram im Moment einen Aufruf an die Fans machen, welche Vorgruppe in der jeweiligen Stadt denn die Leute sich wünschen würden. Und ich finde das eigentlich eine ganz coole neue Sache, weil früher war das ja oft so, dass so eine Vorgruppe bei internationalen Acts zum Beispiel touren die komplett mit. Dann hat dann eine Band gesagt, wir machen eine Deutschland-Tour, sind aus Amerika, haben eine Band mit rübergebracht oder haben dann auch vom Label oder so. Durch Pay-to-Play. Genau. Die Vorgruppe zahlt den Haupt-Act. Genau, gibt es natürlich auch ein großes Thema. Um den Slot spielen zu dürfen. Ist jetzt aber hier definitiv nicht so, sondern ich finde es eigentlich ganz geil, weil die sind auch jetzt kein so ein Mega-Act, das ist natürlich eine kleinere Nummer, die ich schauen gehe. Ich finde das ganz cool, dass die so quasi, die waren jetzt in München, haben dann ein Duo aus München als Support gehabt, auch schon über so eine Abstimmung auf Instagram. Jetzt fragen sie gerade, wer denn am Donnerstag hier in Köln Support machen soll. Haben wir Zeit. Wir müssen ja vorgeschlagen werden. Ach, jetzt weiß ich, wo der Haas Langlöw, wie Wolfgang Niedecken. Johannes zitiert kölsche Texte. Ja, ja, ja. Rockt andere Kölsche Lieder. Aber okay. Also ich, jetzt weiß ich, worauf du raus willst. Du willst natürlich, dass die Disco-Volks-Army uns bucht, sodass dein Konzerterlebnis vollkommen versaut wird, weil du auf einmal in der Vorgruppe spielen möchtest. Bringt uns ins Spiel, Leute. Geht mal auf den Insta-Account von OKKid und gebt da mal ordentlich DMs ab und sagt, ey, wie geil wäre das denn in Köln, mit einem zumindest 50% Lokal-Matador-Duo die Show zu reißen hier. Einfach Live-Podcast. Ja, aber bitte nicht sagen, Disco-Volks, nein, Milli Vanillovic. Das Problem ist, wir sind ja noch gar nicht so am Start. Ja, halt auch keinen Song. Die googeln ja, weißt du. Dann sitzen die da und sagen, nee, können wir nicht nehmen. Nachher buchen die Milli Milovic und wundern sich, dass der nicht auftritt. Das war. Das ist halt auch eine Gefahr. Nee, aber grundsätzlich ... Mila Jovo, oder ... Die kommt bestimmt. Nee, aber grundsätzlich finde ich es halt ganz geil, dass da so kleine Acts das noch machen. Finde ich mega cool. A, finde ich es total gut. Ich freue mich auch richtig darauf, weil ich gehe eigentlich fast nur noch so kleinere Bands gucken. Liegt auch ein bisschen daran, dass man größer eigentlich gar nicht mehr bezahlen kann und sich gut überlegt, ob man hingeht. Aber ich finde es halt echt geil, dass bei so kleinen Club-Konzerten echt wieder teilweise sogar zwei Support-Gruppen am Start, wenn man noch richtig was kriegt für sein Geld und auch ganz oft, darüber halt total gute neue Acts entdeckt. Also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel ... Gut, ist jetzt kein guter Act, aber ich kann mich noch erinnern, ich war mal in der Europahalle in Trier und da ist Philipp Poisele aufgetreten damals. Da kannte der noch kein Schwein. War da auch irgendwie so vom Label, von International, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da gucken war. Aber auf jeden Fall vom Label so als Support vorgeschlagen worden. Ich finde das richtig cool, möchte an der Stelle einfach sagen, liebe Leute, wenn ihr eine kleine Band seid, wenn ihr Konzerne veranstaltet, macht das wieder mehr. Ich finde das total super. Und es muss ja nicht Pay-to-Play sein, aber es gibt bestimmt einen Haufen Bands in der Stadt, wo ihr tourt, die total happy wären, an einem Donnerstag wie jetzt hier in Köln, auch ohne Gage vielleicht einen Support zu machen, einfach eure Fanbase ein bisschen mitzuereichen. Nehmt doch vielleicht eine Band mit, die nicht ganz genau dasselbe macht wie ihr. Finde ich auch immer interessant. Ich habe letztens von einer Kölschen-Band, die ziemlich groß mittlerweile sind, auch einen supergeilen Elektro-Künstler gesehen, so einen Solo-Künstler, der mit so Loop-Station und so einem Kram da gearbeitet hat. Und Synthesizer, war mega cool. Macht das wieder. Also mal so ein Shoutout an die coolen, hippen Bands, die unterwegs sind und sagen, ich möchte gerne in jedem Ort einen Support haben, der da auch irgendwie lokal am Start ist, weil das hilft denen ja auch total weiter, da in ihrer Homebase so ein bisschen sich bekannter zu machen. Finde ich richtig, richtig cool. Freue ich mich drauf, definitiv. Finde ich super. Hochinteressant auch, ich würde sagen, die meisten Profimusiker gehen tatsächlich wieder mehr die kleinen Bands gucken. Das hat einen ganz, ganz praktischen und pragmatischen Grund. Nämlich, wenn ich jetzt eine große Band gucken gehe, Okay, dann habe ich im Schnitt drei bis sechs Monate Vorlauf zu diesem Konzerttermin. Und das Risiko ist einfach wahnsinnig hoch, dass ich in der Zeit für den Samstag selber was reinkriege. Und dann bin ich wieder in der Bredouille, lasse ich jetzt die Gage für mich und vielleicht auch für die Kollegen sausen. Oder verkaufe ich halt meine Karte wieder oder wie auch immer. Deshalb kleine Konzerte, die laufen halt auch noch mit Abendkasse oder halt mit, okay, kaufe ich Donnerstags mein Ticket für Samstags. Und bin dann relativ sicher, das ist auch so ein Mitgrund. Voll. Und das ist ja auch total schön. Ich meine, es ist eigentlich nicht ganz so schön, weil diese Band zum Beispiel gehört auch zu denen, die natürlich auch Probleme hatten. Also die Tour wurde jetzt insgesamt dreimal verschoben wegen Corona. Die waren aber auch eine dieser Bands, die sehr offen auch um Corona herum, als es dann eigentlich wieder ging, transparent erzählt haben, und dass einfach keine Karten verkauft werden, weil halt eben auch viele Leute so spontan sind. Und das zieht sich ja auch bis zu großen Acts mittlerweile hin. Wir haben ja auch schon mal so ein bisschen über Dynamic Pricing gesprochen, was es ja auch mittlerweile überall gibt und was auch zu so einem Problem der Ticketpreise führt. Dass so große Sachen, wo Johannes vollkommen recht hat, die ja dann auch gerne an einem Wochenendtag stattfinden, wo wir selber Geld verdienen müssen und auch natürlich wollen, die dann aber auch noch für 300 Euro die Karte stattfinden oder so. Und das würde ich halt echt nur ausgeben, wenn ich den Act richtig, richtig, richtig geil finde. Und wahrscheinlich auch noch irgendwie davon ausgehen muss, dass der nie wiederkommt, weil es irgendwie so ein alter Hauding ist. Zum Beispiel Madonna ist jetzt wieder auf Tour, würde ich nicht hingehen. Aber verstehe ich, dass viele Leute sagen, total gut, oder Elton John ist auf seiner mutmaßlich wirklich letzten Tour. Kann ich auch verstehen, dass dann Leute sagen, die Möchtemann hat nochmal live gesehen haben oder so. Aber es ist halt einfach absurd teuer. Und bei den kleinen Bands finde ich es halt, ist richtig, was Johannes sagt. Ich versuche aber wirklich bei den, also ich mache es jetzt für mich so, kleine Bands, die Clubkonzerte spielen, kaufe ich gerne sogar schon ein Jahr im Voraus, wenn es halt ein Wochentag ist. Denn die spielen halt hier in Köln oft mal an einem Dienstag oder Donnerstag. Da kriege ich sehr wahrscheinlich nichts rein. Kann die so supporten, weil ich so halt auch wirklich hingehen kann und sagen kann, ich kaufe die Karten schon, wenn die anfangen, die Tour zu verkaufen. Weil das ist halt wirklich wichtig. Sonst wird sowas auch irgendwann zumindest problematischer werden, weil die müssen ja auch gucken, wie laufen die Verkaufszahlen. Sonst sagen die halt die Touren wieder ab, wenn die nur, wie jetzt zum Beispiel bei uns im Karneval geschehen, bis zwei Wochen vor der Veranstaltung nur 30, 40 Prozent der Karten verkauft haben. Dann werden solche Touren einfach nicht stattfinden. Das ist aber wirklich auch der Unterschied zum Ballungszentrum hier zum Endlichen. Also so weit kannst du bei uns hier komplett knicken. Ist aber auch okay. A ist das Angebot nicht da, B gibt es die Locations nicht. Also vergiss es. Da ist wirklich, da ist alles auf das Wochenende kumuliert. Es gibt doch gar nicht so mittelgroße Dinger. Ich meine, du hast da in der Gegend direkt so ... Ja, was ist denn mittelgroß? Tausend? Nee, noch so Vierhunderter-Clubs. Weißt du, für wirklich so Best-Teams? Garage Saarbrücken hat einen kleinen, da haben wir uns Tickets geholt für Team Scheiße jetzt im September. Aber, und das Konzert wurde jetzt schon aus dem kleinen Club halt in die große Garage verlegt. Aber das ist gut, wenn du das halt machen kannst. Das ist aber cool. Ja, ist ja so. Und ansonsten sind kleine Clubs Atelier in Luxemburg. Fällt mir da ein. Wie viel gehen da rein ungefähr? Schwierig. Wird auch so 350, 400. Man unterschätzt das halt so. Also ich fange jetzt dieses Jahr mit Konzerten an. Und das ist halt schon krass, wenn du so ... Also ich brauche ja noch kleinere Clubs, weil bei mir kommt ja erst mal keine Saison. Es gibt ja ganz, ganz viele Bands, die so anfangen müssen. Und dann ist selbst in einer Stadt wie Köln mittlerweile gar nicht mehr so einfach, einen Raum zu finden, wo, sagen wir mal, erst mal nur 100 Leute reingehen. Und der aber trotzdem dafür ausgelegt ist, der ... Der dann aber nicht wie ein Klo wirkt. Genau, der nicht wie ein Klo wirkt. Der vielleicht oder wenigstens auch anders noch Leute zieht. Also dass man sagt so, ich bringe Leute mit. Indem du nicht in der Ecke stehst und nur Beschallung bist. In einem Restaurant zum Beispiel oder so, wo du nachher noch gemacht kriegst. Ja, das geht auf keinen Fall. Sondern wo halt schon die Leute wegen dir da sind. Das heißt, du brauchst eine anständige Bühne, brauchst eine Bestuhlung, die zur Bühne hin ausgerichtet ist. Und das für nur 100 Leute ist schwierig. Da gibt es tatsächlich in Trier das Casino am Korn. Casino, ja. Und die Glockengießerei in Saarburg fällt mir ein. Die machen ja auch so kleine Kulturkonzerte. Das ist auch so eine Location, die sowas anbietet. Und das finde ich echt interessant. Also geht da auf jeden Fall hin, Leute. Tufa, kleiner Saal. Ja, stimmt. Das ist auch relativ klein, ne? Ja, aber da hängt dann auch schon wieder öffentlicher Träger dahinter. Und der Duxal eigentlich auch, darf man nicht vergessen. Den Duxal kriegst du aber keine 400 Leute. Die Größe ist aber auch gut für so, theoretisch auch für einen Eck, der halt nicht so diese Größe hat, dass da jetzt irgendwie 400 Leute kommen. Die Frage ist, aber das kann ich leider nicht beantworten, ob es da überhaupt theoretisch ein Interesse gäbe, da was zu veranstalten. Weil ich sehe da halt im Line-Up immer mehr Tribute-Bands. Es wird halt sehr auf Nummer sicher. Ja, versteht man ja auch. Ja, klar. Aber ist halt keine schöne Entwicklung. Aber es ist wie jetzt. Also deswegen, Leute, geht ruhig dahin. Egal, ob spontan Karten kaufen, wenn das Konzert noch nicht abgesagt ist, macht das. Macht das einfach mal so ein Band-Ticket, das vielleicht immer noch nur 25 Euro oder 30 Euro kostet. Das ist echt ein cooler Abend. Und vielleicht auch mal einfach zu einer Band gehen, die man nur so halb kennt oder so. Also ich habe da schon so viele tolle Abende erlebt, weil gerade da ist dann oft noch ein Support-Eck, den man gar nicht auf dem Schirm hat, den man gar nicht kennt. Denn gilt auch für Comedians im Übrigen. Also schon so oft bei kleineren Kabarett-Veranstaltungen oder Comedians gewesen, die Newcomer sind. Oder hier so Mario Barth im Olympiastadion in der Waldbühne. Und da kamen dann noch Bülentşelern vorher und hast gedacht, geil, die kleine Klingel. Wer ist denn der Neue? Wer ist denn der Türke? Sowas, genau von sowas. Also Kayayana? Deswegen, geht mal raus, macht das auf jeden Fall. Finde ich total gut und total unterstützenswert. Ja, ansonsten, ja, wir sind eigentlich schon wieder von der Zeit her an einem Punkt, wo wir uns jetzt überlegen müssen, geht es noch weiter oder haben wir noch andere Sachen auf dem Zettel? Ich hätte noch zwei Themen auf dem Zettel, die allerdings so umfangreich sind, dass wir da vielleicht immer drüber warten müssen. Na komm, dann lass uns die für nächste Woche aufheben. Weil ich hab auch, ich hatte eigentlich noch die ESO-Ecke geplant. Oder sollen wir die noch zum Abschluss machen, Johannes? Nein, ich hab jetzt, pass auf. Ja, mach mal, aber ich sag gleich, ja, es wird nicht später cool. Ja, aber es war egal, dann machen wir einen schönen esoterischen Abschluss der 69er-Folge. Ich hab auch leider keinen Witz mehr, mit dem ich schließen könnte. Denn mein Feuerwerk der guten 69er-Schmuddelwitze ist leider schon ... Du meinst, dein Rätselheft klebt schon zusammen. Ist leider schon verklebt. Ich kann leider nicht weitermachen. Deswegen schließen wir heute mal ganz, ganz exotisch mit ... Ja, so, Esoterik ist das Thema. Und ich hab ihn wiedergefunden unter einem Riesenstapel Akten, die ich noch zu bearbeiten habe. Und er musste dann ... Ich hab wirklich so anderthalb Monate ... tagesweise Blätter rausgerissen, um jetzt noch mal hier up-to-date zu sein. Und ich hab eine Tendenz festgestellt, oder zwei Sachen eigentlich. Die erste Tendenz ist, der Mond ist aus dem Game. Krass. Wo ist er hin? Ja, im ESO-Kalender ... Weiß ich nicht, im ESO-Kalender war immer der Mond ganz wichtig, weil jedes Blatt war irgendwie ... Der Mond ist heute da, und der Mond ist heute da, und heute ist der Mond links, und morgen ist er oben. Und jetzt geht's speziell ... Also, ich geh mal zuerst auf heute. Heute ist Dienstag, 18. April. Wir nehmen heute auf. Und man muss jetzt vielleicht den neuen ZuhörerInnen auch mal sagen, ja, ich hab gegendert. Oder wie die jungen Leute. Ich mach mal einen Bumper, der jedes Mal ... Ich fang jetzt an, ich fang jetzt ... Wenn du genderst, spiel ich immer so einen kleinen ... Hör zu, ich fang an reflexmäßig zu gendern, weil du so viel Boomer-Humor hattest heute. Weil du die ganzen 69er-Witze ... Fang ich automatisch ... Weißt du, ey, wenn du noch einen so einen Scheißwitz bringst, dann klebe ich mich auf die Straße. Das ist ... Word. Versprochen. Word. So, jetzt pass auf. Also, man muss ja den neuen Zuhörern noch sagen, dass wir ja am gleichen Tag geboren sind. Also, wir sind beide Kinder des 8. Juni und sind somit Zwillinge. Jetzt ist es deswegen natürlich interessant, mal abzugleichen, wie die Tage so waren. Jetzt schauen wir mal, wie dein Tag heute so war. Ich lese mal vor, was laut dem esoterischen Kalender heute hätte passieren sollen. Ja. Heute werden sie eine 69 haben. Nein, ich fang nochmal an. Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Der war aber auch nicht gut. Den schneiden wir trotzdem nicht raus. Ähm, ich wollte schon Carpe Diem sagen, ich meine aber mehr Flipper. So. Heute haben sie großes Interesse an kreativen Themen und neuen Wissensgebieten. Das tägliche Einerlei langweilt sie. Sie möchten lieber hinter die Kulissen blicken und sich weiterbilden. Nutzen sie diesen Tag, um beispielsweise ein interessantes Buch zu lesen oder einen Vortrag zu besuchen. So, hast du heute ein interessantes Buch gelesen oder einen Vortrag? Weder noch, ehrlich gesagt. Nee. Gut, ich auch nicht. Ich habe tatsächlich die Nase in einem Buch gehabt, aber das war nicht interessant. Insofern zählt nicht. Okay, nee. Zitat des Tages. Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht im Herzen seiner Mitmenschen. Ist das nicht der neue Song? Sorry, ich hatte gerade das Gefühl, wie nach dem Kopf. Ist das nicht der neue Song von Tim Bensko? Nee, es ist tatsächlich ein Zitat von Albert Schweitzer. Unfassbar, ich wusste gar nicht, dass Albert Schweitzer schlechte Schlager geschrieben hat. Riech es nochmal vor. Das muss ich dir nochmal ein bisschen sacken lassen. Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen. Könnte auch von Olaf dem Schilder sein. Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht im Herzen meiner Freunde. Ja, genau. So, jetzt pass auf. Wow, ich bin richtig berührt, Johannes. Schön. Ja. Ich hab jetzt mal, also so, pass auf, wenn der Podcast ja jetzt rauskommt, ist ja Freitag der 21. Das ist vollkommen korrekt. Jetzt können wir natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber vielleicht können ja die zwillingsgeborenen Zuhörer mal einfach so ein bisschen für sich abgleichen, deswegen lese ich mal vor. Ihre Zielstrebigkeit ist jetzt ihr größter Trommel. Auf dem Weg durch einen anstrengenden Tag. Das kann sogar sein am Freitag, ja. Gerade bei der Suche nach komplizierten Dingen oder im Umgang mit kniffligen Angelegenheiten sind sie heute unter dem Einfluss des rückläufigen Merkurs. Das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Das ist der neue heiße Scheiß jetzt Merkur. Die Bitch. Unter dem Einfluss des rückläufigen Merkurs überaus hartnäckig. Weiter so. Zitat des Tages. Krass. Der Merkur ist aber auch ein ... Der Merkur ist der Babbo. So. Der Merkur ist der neue Babbo. Ein auch guter Folgentitel. Ja, aber die Folge heißt jetzt schon ... Moment, was habe ich gesagt? Herr Doktor, ich habe Hu genotten. So. Weiter so. Zitat des Tages. Ein froher Sinn ist wie der Frühling. Das klingt ein bisschen wie das schönste Jäckchen, das Alkonjunktchen. Aber okay. Ein froher Sinn ist wie der Frühling. Er öffnet die Blüten der menschlichen Natur. Er öffnet die Blusen der menschlichen Natur. Jean-Paul. Ist das nicht der ... Das ist der Cousin von Kalle-Pol. Auch geil. Auch geil. Nee, ich dachte jetzt eher an Jean-Paul. 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 Jean-Paul, der Frühling ist ... So, pass auf. Jetzt kommen wir aber nicht drumherum. Ich habe zwischenzeitlich auch noch mal gegoogelt, weil wir überspringen ja jetzt quasi zwischen der Aufnahme und der Ausstrahlung den 20. April. Das Datum des Horrors der von mir immer extrem umschiffte Geburtstag von Adolf Hitler. Und ich habe jetzt mal geschaut, was für ein Sternzeichen Adolf Hitler war. Ob Adolf Hitler vielleicht Zwilling war und man vielleicht ... Nee, kann ja nicht sein. Aber ich stelle fest, Adolf, wieso? Weil er den 20. April Geburtstag hat. Ach stimmt, das war eigentlich recht. Das ist wie doof. Das ist nicht schlimm. Ich Idiot musste googeln, ob Hitler Zwilling war, obwohl ich weiß, was er Geburtstag hatte. Ja, das finde ich jetzt nicht ganz so idiotisch, weil ich wüsste trotz des Datums nicht, was das für ein Sternzeichen ist. Naja, es ist ... Stier. Aha. Ja. Und Sonne mit 29 Grad im Widder. Das ist quasi Hitlers Sternzeichen. Sonne mit 29 Grad im Widder klingt wie der nächste Song von den Zipfelbuben. Sonne mit 29 Grad im Widder klingt eigentlich wie ... wie ein Text von Alles Schwarzer in den nächsten sechs Monaten. Ich lese jetzt einfach mal unseren Kalendereintrag für den 20. April vor. Eine Neumond-Konstellation beschert Ihnen heute unerwartet starke Stimmungsschwankungen. Kannst du das vielleicht mit Adolfs Stimme vorlesen? Nein, 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 nein. Das ist mir jetzt zu ... Nein, da muss jetzt ... Ich klebe mich gleich auf die Straße. Ein Neumond! Beschert Ihnen heute unerwartet starke Stimmungsschwankungen. Nein, ich mach das nicht. Eine Neumond-Konstellation besteht ... Ach, fuck it. Ich lasse es jetzt sein. Ich habe ja keinen Bock mehr auf die Scheiße. Och, Mann. Nee, Feierabend. Na gut, wir haben auch wirklich wieder viel abgeliefert heute. War eine ziemlich musiklastige und auch so ein bisschen ... Wobei, interessant ist, bei aller Vorsicht, verstecken müssen Sie sich gewiss nicht. Das ist immer gut. Ey, das ist ein superschön ... Also, schreibt euch das ... Okay, Zitat, Zitat am 20. April. Genieße die Gegenwart mit frohem Sinn, Sorglos, was dir die Zukunft bringen werde. Von hoch aus. Schön, schön, schön. Merkt euch das, liebe ZuhörerInnen. Merkt euch das gut. Ihr braucht euch nicht zu verstecken. Und ... Oh, 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 oh. Zitat am 19. Morgen ist von Conchita Wurst. Geil. Deshalb möchte ich das schnell vorlesen. Wenn du einen Traum hast, kämpfe dafür. Alles ist möglich. Was für ein Poet. It's all about the conditioner. Weißt du, warum steht in so Kalendern nicht so was drin wie ... Zwei überlegte Brötchen und Kaffee zum Mitnehmen. Johannes Schier, Musiker. Weißt du, was sind denn für Zitate? Ja, keine Ahnung, ich versteh's auch nicht. Aber ... Unfassbar. Wir nehmen jetzt mal diesen 20. definitiv mit und merken uns, dass der Merkur eine große Rolle spielt. Und liebe ZuhörerInnen, macht euch eine gute Zeit, macht euch eine gute Woche. Genießt euer Wochenende. Der Frühling kündigt sich langsam an. Es soll jetzt auch langsam, dauerhaft auf die 20 Grad losgehen. Ich hoffe es, weil ich habe Schnupfen vom Motorrad. Deswegen. Also, das wird alles besser. Die Sonne kommt raus. Es blüht schon alles. Man merkt schon jeden Tag, dass es ein bisschen grüner an den Bäumen wird und am Wegesrand. Zumindest in den Augen. Zumindest in den Augen. Tränt es auch ein bisschen. Aber glaubt mir, das geht vorbei. Und mit dem Wissen über Merkur und mit dem Wissen über Schützenfeste noch mal unser Aufruf. Wenn ihr ein geiles Wochenende haben wollt, schaut mal, wo bei euch in der Gegend der nächste Schützensturm irgendwie übers Dorf zieht. Vielleicht findet ihr das auch einfach auf 5.4.de heraus. Denn da könnt ihr natürlich... Oder in der neuen Ausgabe vom Lanzer. Da sowieso. Aber sonst schaut da einfach mal bei 5.4.de vorbei. 5 als Zahl, 4 als Wort.de. Denn da findet ihr natürlich auch solche Informationen. Und vielleicht findet ihr da auch Infos darüber, wo in eurer Gegend das nächste Schützenfest stattfindet oder wo überhaupt Schützen generell stattfinden. Und ihr könnt auch gerne bei skillcontrol.de schauen, wo das nächste Schützenfest stattfindet. Probiert es einfach mal. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Wenn ihr ansonsten euch so sehr darüber freut, dass ihr jetzt wöchentlich eine Folge DiscoFex bekommt wie wir, dann schreibt das nicht nur uns über die DMs, über unseren Insta-Account und über... Von Philipp Goddard. Der Insta-Account von Philipp Goddard wird regelmäßig frequentiert und überwacht. Ihr könnt uns auch über Facebook schreiben. Aber am besten DM Philipp Goddard. Es ist der schnellste Weg. Der aller schnellste Weg, genau. Ansonsten habt ihr immer noch die E-Mail-Adresse info at discofex.de discoefex geschrieben. Ansonsten tragt es raus in die Welt. Erzählt es weiter. Wenn ich von mir kleiner wiederkomme, möchte ich mindestens 7 Millionen neue Abonnenten auf unseren allen möglichen Accounts haben. Aktiviert auf jeden Fall bei Spotify die Glocke, denn ab sofort kommt jede Woche eine neue Folge. Und schließen möchte ich mit einem Zitat. Neue Sexstellung. Die Neuen. Ist wie 69, nur einsam. Mit diesen Worten beenden wir diese 69. Folge, freuen uns auf Folge 70 und sagen, tschüss, macht's gut, hat ein fantastisches Wochenende, eine gute Woche. Und die letzten Worte hat meinetwegen der Johannes, der giert schon so ins Mikro. Ja, ich wollte mich nur in unser beider Namen offiziell jetzt schon mal entschuldigen für die vielen Arschloch-Momente, die diese Folge enthielt. Man muss auch dazu stehen, Johannes. Um mit den Worten eines Schützenfest-Bandleaders zu sagen, das ist sonst gar nicht so unsere. Ne, sonst sind wir ganz brav. In diesem Sinne macht's gut, habt eine fantastische Zeit. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, tschüss zusammen. Bis dahin, tschüss zusammen. Bis dahin, tschüss zusammen. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Vielen Dank.